Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe Mystery Pakete auf und suche schönen Vintage Schmuck, den ich auf Ebay in meinem Shop verkaufen kann. Heute habe ich etwas ganz besonderes für euch. Und zwar habe ich eine kleine Disney Sammlung gekauft. Schauen wir, was wir tolles heute finden. Oh ja, das sieht toll aus. Sehr schön. Viele Uhren dabei. Hier haben wir eine sehr große Uhrengold mit braunem Lederamband. Oh, die geht sogar noch. Die geht. Ich höre sie decken. Sehr schön. Dann ist hier eine Uhr von Loros. Da ist Micky mit seinem Zauberstab und tanzt uns einen vor. Auch mit braunem Lederband. Auf dem Glas ist irgendwas drauf. Also ich hoffe, dass das nur Schmutz ist. Sehr schön. Die Loros-Uhren finde ich eigentlich am besten von Micky. Von Disney. Und dann ist hier eine Uhr mit... Ich glaube, das ist eine Figur aus dem Film Frozen. Also die kann noch nicht so alt sein. Und die hat sogar noch einen Originalaufkleber hinten drauf. Schauen wir mal, was da sonst noch draufsteht. Also mit japanischem Uhrwerk. In Bicolor. In Silber und Gold. Kleine sportliche Uhr. Und dann haben wir hier... Eine Uhr mit einem Perlmutt-Zifferblatt und silbernen Micky. Und auch das Armband. Mit einem kleinen Micky-Mauskopf. Auf jeden Fall Original-Disney. Stainless-Steel-Bag. Und auch japanisches Uhrwerk. Sehr schöne silberne Schmuckuhr. Dann habe ich hier eine kleine goldene Kette. Mit Disney-Marke. Und mit blauen Strasssteinen. Das Micky-Maus-Profil. Nenne ich das mal so. Hier steht nichts drauf. Kleine, sehr feine, goldene Micky-Kette. Dann habe ich hier eine. Mit Etikett. Necklace. Und jetzt noch der Preis drauf. 50 Dollar. Fein-Silber-Plated. Swarovski-Crystal. Also. Die Steine sind von Swarovski. Und sie ist versilbert. Mit kleinem Herz und Micky. Strass-Micky. Und hier hinten. Steht drauf. I love Micky. Sehr, sehr schön. Das ist schön. Dann habe ich hier eine Uhr. Mit Strass. Leider fehlen hier. Hier fehlt ein Stein. Und hier fehlt ein Stein. Mit beim Mutzifer-Blatt. Sehr, sehr schöne Uhr. Ja. Da. Hier ist noch das Disney-Logo drauf. Und das muss ich mal nach den passenden Strass-Steinen suchen. Weil die müssen wir auf jeden Fall zum Leben erwecken. Sehr schöne Uhr. Dann habe ich hier eine Mini-Uhr diesmal. Mit rosafarbenem. Das ist leider nur ein Leder-Imitat. Aber auch die Uhr ist Original-Disney. Mit Strass-Rand und Strass-Steinen auf der Mini-Schleife. Sehr schön die Uhr. Eine schöne große Mini-Uhr. Große Mini-Uhr. Dann gibt es hier noch eine. Hier ist Miki eingraviert. Eine grüne Kunststoff-Uhr. Uhr nicht, aber das Armband. Sieht auch sehr gut aus. In dem schönen Grün. Sehr gut. Miki macht die Uhrzeiger. Die Arme. Seine Arme sind die Uhrzeiger. Auch sehr hübsch. Und dann haben wir hier einen Pin. Walt Disney Home Video. Und das scheinen die beiden aus dem Dschungelbuch zu sein. Das ist Pin. Goldener Pin. Dann gibt es hier ein paar Ohrstecker mit Daisy drauf. Hier steht irgendwas auf der Pappe. Ich gucke mal. 925er Mexiko. Mexiko-Silber. Als kleine Daisy. Sehr hübsch. Dann haben wir hier noch eine Loris-Uhr. Mit Leder-Flechtarmband. Und Miki macht hier nicht nur die Zeiger, sondern auch die Zeilen. Sehr hübsch. Also das finde ich auch total 80er. Und eine Miki-Uhr. Das musste man in den 80er Jahren auch haben. Sehr schön. Dann gibt es hier eine Disney-Uhr. S2 oder SE. Marketing International Water Resistant. Eine sportliche Uhr. Ziemlich groß. Sehr schön. Und die mag ich besonders. Mit dem Flexarmband. Steht hier ein Hersteller drauf. Ich gucke mal. Und Miki mit roten Handschuhen. Tolles Flexarmband. Sehr schön. Die passt heute zu mir. Sehr hübsch. Dann haben wir hier einen kleinen Ring. In Gold. Etwas ist denn da eingraviert. Ich gucke mal. Disney. Natürlich. Disney ist eingraviert. Mit roten Miki-Maus-Ohren. So sieht der kleine Ring aus. Und dann sehe ich hier noch einen Ring. Mit Miki-Maus drauf. In Silber. Ein offener Ring. Das ist auch etwas eingraviert. Ich schaue mal. Walt Disney Productions. S.I.S. am Ende. Klares Bekenntnis zu Miki-Maus. Und hier ist eine silberne Uhr. Hinten ist das Walt Disney Schloss. Eingraviert. Und der Miki. Miki oder ist das Mini? Ich gucke mal. Mini. Es ist Mini. Mini mit weißen Schuhen und weißem Röckchen. In Silber. Sehr hübsch. Eine schöne kleine Schmuckuhr. Sehr schön. Dann ist hier noch eingepackt. Eine kleine. Ich gucke mal rein. Mal sehen, ob das Preisschild noch dran ist. Ne. Greiflich sagt mir das nichts. Small parts not for children under three years. Also nicht für Kinder unter drei Jahren. Hier mit rosafarbenen Strassstein. Kleine. Süße Haarspange. Sehr hübsch. Und dann sehe ich hier noch etwas in rosa. Und zwar eine nette Mini-Kette. Mit pinkfarbenen Herzen. Ja, Miki-Maus. Und Schmetterling. Sehr süß. Kleine Kette. Und das passende Armband dazu. Einfach wunderschön. Sehr süß. Dann haben wir hier einen Pin. Mit Susi und Streuch. Also das Herz könnte man auseinander nehmen, weil da sind zwei Pinz dran. Schönes, gutes Herz. Immer liet. Dann haben wir hier einen Ohrstecker-Set. Und der Preis steht wieder nicht drauf. Aber ein sehr netter kleiner Ohrstecker in schwarz und weiß-silberen Kristall. Und die kleinen sind in blau. Nettes Kinderset. Dann gibt es hier nochmal Susi und Streuch. Beim Spaghetti-Essen natürlich. Und hier unten auf dem Knochen steht 1955 bis 2000. Also 1955 kam ja dieser Zeichentrickfilm das erste Mal raus. Und 2000 wird der wahrscheinlich nochmal in die Kinos gekommen sein in restaurierter Fassung. Auch wieder nicht für Kinder unter drei Jahren. Dann habe ich hier eine sehr schöne goldfarbene Uhr mit Mickey Mouse. Von Loros mit Seriennummer und mit japanischem Uhrwerk. Mal schauen, wer das Armband gemacht hat. Steht leider nur Stainless Steel drauf. Aber aber auch eine sehr schöne goldene edle Mickey Mouse Ohr. Dann habe ich hier ein kleines Tütchen mit Ohrsteckern. Mickey Mouse Eisperle mit Strass. Also die sind auch in einem sehr, sehr guten Zustand. sehr gut aus. Hersteller sehe ich nicht. Und noch meine Uhr. Disney mit Mickey vorne drauf und mit einem Monogramm Armband. Goldene Ems. Schau mal, wer das gemacht hat. Made exclusively for the Disney Stores. Steht hinten drauf und Mickey ist auch eingraviert. Sehr hübsch. Aus Metall und schöne, schwere Qualität. Sehr gut aus. Schön. Dann habe ich hier ein Pin mit Pluto. In schönen, knalligen Comic Farben. Ich gucke mal aus welchem Jahr der ist. 2011. und noch mal ein netter Ohrstecker. Oder vielmehr zwei. Einmal der küssende Mickey und einmal Minnie mit Herzaugen. Sehr hübsch. Ich glaube, die sind aus Gummy. Das ist auch ein tolles Geschenk. Super. Dann gibt es hier noch einen Pin mit Animal Kingdom und Backstage Safari. Sehr neu aus. Sehr schön. Dann gibt es hier einen Schlüsselanhänger. Einen großen Schlüsselanhänger mit Mickey in Silber. auch sehr, sehr gut aus. Keine Kratzer. Guck mal, was da draufsteht. Monogramm International Inc. und das Disney Logo ist auch drauf. Schön. Den kann man gut verschenken. Der sieht sehr neu aus. Und noch ein Schlüsselanhänger. Disneyland Mickey und Minnie und für eine kleine Michee wäre das mit Mickey, Minnie und Pluto. In Gold emailliert. Sehr hübsch. Dann habe ich hier einen Strassenmicky mit Weihnachtsmütze als Anhänger. Sehr schön. Also eine Weihnachtsausgabe, das finde ich auch sehr interessant. Sehr schön. Und dann ist hier auch noch mal eine sehr schöne Kette. Ich gucke mal, was da draufsteht. Oh, Disney und der Swarovski-Schwan. Das wird eine Kette sein von Swarovski. Ja, hier ist auch der Schwan drauf. Sehr schön. Auch ein super Zustand. Wirklich, sieht aus wie neu. Das freut mich. Das finde ich toll. Sehr schön. Dann ist hier ein kleines Armband mit Cinderella. Oder das Schneewittchen. Mickey Mouse in den Straßen. Das ist, glaube ich, Cinderella. Und Alice im Wunderland. Ja, Ariel. Alle weiblichen Figuren aus Disney. Und so ein kleiner Schuh noch dabei. Nettes Bettelarmband mit Disney-Figuren. Sehr schön. Dann gibt es hier einen Pin. Oswalds. Service with a smile. Ja. Oswald ist ja eine der ersten Figuren von Disney. Die Oswald-Maus. Die wurde ja nicht lange gemacht. Also das ist auch sehr gesammelt. Ich hoffe, dieser Pin auch. Ich gucke mal auf das Jahr. 2013. Aber in einem tollen Vintage-Look. Sehr gut aus. Mag ich. Finde ich gut. Dann noch mein Schlüsselanhänger mit Mickey Mouse. In Silber. Matt Silberfarben. Und ein Pin. Der letzte Pin ist von Ariel. Und Ariel ist aus dem Jahr 2004. Auch schon fast 20 Jahre alt. Sehr hübsch. Das war das schöne Disney-Convolut. Das war das schöne Disney-Convolut. Und dann finde ich diese Mini-Uhr in Silber auch sehr, sehr gut. Das ist doch mal auch was für Sammler, denke ich. Also ist auch was Außergewöhnliches. Dann natürlich finde ich diese Kette von Swarovski toll. Ich wusste gar nicht, dass Swarovski für Disney was gemacht hat. Also das ist für mich toll. Und den Weihnachts-Micky. Ich bin hier auch sehr aufgefallen. Das kleine, nette Armband. Dann natürlich meine 50-Dollar-Kette. Die auch sehr neu aussieht. Sehr schön. Dann natürlich diese Ohrstecker. Die sind doch einfach zu süß. Und natürlich der Schmuck. Der sieht aus, als könnte man ihn anbeißen. Ja, und die Uhren finde ich eigentlich alle toll. Also schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welches Schmuck da euch am besten gefallen hat. Ob das Disney-Video Spaß gemacht hat. Und liked unbedingt dann mein Video. Und abonniert meinen Kanal. Bis bald.